So, stellt euch hier hin. So, wie war's bis hier? Ihr wart ja relativ... Nein, der Rechner, wart ja relativ... Nein, der Rechner, wenn ich Sitz habe, ich wusste... Wer weiß, der Fußball ist so schön spannend am Ende vor allen Dingen. Was ist mit Schalke dieses Jahr? Aber jetzt gucken wir erstmal auf das, was das natürlich dieses Spiel auszeichnet, nämlich die millLoON, hier ist eure millimetervig. Bar, 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 eine Millionen Kaka. énrme, ähm, emrme, ährme, ämm, Abitur, studium, du hast ne ganze Menge cans um kock. Und jetzt kommt aber der Druck auf deinen Frau. Naja, jaja, ich hab studiert... Primarstufe. Ja,ja ja 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 ja! ...ja ja jejeje Noch wieder Sass, 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 sass Entscheiden Okay, ganz oben, ne? Ganz oben, okay Ganz oben bekommt ihr die Antworten für euch Statistik, okay Älter als 60 Sekunden Blutgruppe 25 Analphabet Welches Merkmal trifft auf rund 40% der Bevölkerung in Deutschland zu? Sind sie älter als 60? Oh J congratulate 40% der Bevölkerung Blutgruppe 0? Ich dachte, das haben nur Schweine. Hat er sich zurückgehoben? Hab ich mal gehört, ich hab hier was anrasst. Und bei vielen, und bei vielen, vielen, vielen. Sehr gut, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.